70 Kubik Unterboden, Beleuchtung auf, Hochglanz, Poliert, Bullen haben keine Bedeutung und wenn die Tacho-Nadel steigt und ihr ganz laut schreit und der Tuning ist not bad crime Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche mit der Aufwärmung Ich babbel Das ist ja super easy, die zu wechseln Hab ich auch schon mal gemacht Die Cross-Maschina Ah ja, ich hoffe, wir müssen die Alte erstmal abmachen Quatsch Dann gib mal deine Drecks-Wix-Handschuhe Ja Boah, das ist mir der richtige Handschuh, der nicht Für irgendeinen genommen, Digga, weil für den richtigen Jackpot Ich hab dir noch nie Handschuhe so schroren gezogen, ne? Ja, aber das ist kacke, wenn du der Der meinte, zieh lieber Handschuhe an, weil sonst hast du nachher dieses Stechen da die ganze Zeit Bruder, hatte ich angehört wie eine Sprühdose Eine Bulldose Das ist ja der Vertrag, ne? Da muss man doch irgendwie hier abwickeln, hier muss ja irgendwo am Anfang sein Ah, sticht wirklich Aha, durch Handschuhe Ja, stell dir vor, du hättest ohne gemacht Ja, guck jetzt, jetzt, Digga Ja, Digga, das ist halt einfach, weil ich jetzt dran getan habe Nein, weil ich als Maul-Ingenieur Scheiß Elektriker Wie komisch das aussieht, ne? Also einfach nur so dran machen, oder? Ja, komm mal machen Ja, komm mal machen Meins! Ja, das ist so Das musst du jetzt wie Sushi machen Oder witzige Hör zu drehen Haha, Figaro Coyang, ja Hör Ja, bei mir hab ich das anders gemacht, bisschen ehrlich Das war nicht so ein hässliches So ein hässiger Lach mir Den, weiß nicht, den er drauf prügeln muss vielleicht, ne? Also bei mir, Digga, ich hab so noch drauf gefetzt Aber ich hab auch doppelte Menge genommen So ein Teufel So, wo ich fett alles ab, oder? Das ist wie, als wenn ich Mund streichel Haha, Mund streichel Ja, Lach Musst du mir diesen Einen Scheiß hier oben rein kriegen? Ist egal wie rum, ne? Habe ich irgendwas vergessen? Das hier Ich glaub, das kommt auf die andere Seite Ja Komm, überall hast du Hundehaare Lang, warum denkst du, dass sie so schief? Das musst du halt Ja, weil ich hab die falsche Richtung gedreht Oh, hör doch auf Entschuldigung Heute will nicht, ja? Geh mal, Entschuldigung Jetzt willst du ihn noch da rein drehen Weil jetzt, wenn du ihn noch da rein drehst, ja Steck ihn rein Warte mal Ja, jetzt Naja Naja, der Mensch hat sich so Scheiße dran gemacht Wie jetzt Wie jetzt? Ja, Röstchen, jala Ja Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist War das da drauf? So Bruder, nein Erstmal so Oder? Ja Ja Das ist Baba Wie rum muss das? Wir müssen jetzt gucken, wo die Flasche das Öl Nach unten, ja? Ja Ja Digga Lappen, geil Digga Neue Lappen Dickste Kolben, Junge Kommt das denn, oder? Ja, genau Wie rum kommt der Flansch? Ja, machen wir das gleich Ja, machen wir das gleich Ne, geht nicht Ja, weiße Ist ja auch fest Digga, fahr die heute, Digga Schon weiter, wer bei denen findet Er ist so Digga, wenn du fest willst, schick, schick, schick Ja, der feiert das so, oder? Ja, meine Kollegen Auch bei dem ich heute Abend, ne? Chill Einfach Ja Immer wenn wir da sind Immer der macht Fernseher an, Digga Der macht eh immer, wenn wir da chillen Und Pfeifen auf Immer hat der da Irgendwas am Fernseher einfach laufen So im Hintergrund, ne? Der immer, wir gucken deine Videos, Digga Lachen wir nicht Immer, natürlich Mit alle, Digga Mit der ganzen Freundesgruppe, Digga Lachen Wir chillen, alle rochen, Pfeifen Und so Und jeder guckt der Video Wir sitzen einfach nur Eigentlich kommen wir dahin, Digga Um Abend Mit einem Film Ein Filmabend Vom Luis Brigala zu machen, Digga Ja Wie immer Immer Und die lachen sich immer alle so schrot Und so Scheiß labern Oder du Ja, jeden Die wollen auch alle gegrüßt werden In den Videos immer Ja, Jalla, wie heißen die? Ne, mag ich nicht Aus Prinzip nicht Wie heißen die? Grüß dich raus, Fabian Ja, der sowieso Ja, die anderen kenn ich nicht Ja, ja Doch, Mark kennst du? Der mit, äh Grüß dich hat Mark Wo ist der hinten hier? Ja, alles Zieh Ey, jetzt kommst du gar nicht mehr da dran Halt nur Nimm mal Druck 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 Klingt aber kein Sprit Ich glaub die ist cool Mach nicht da unten, mach lieber da oben Hier oben ab Ah, wir haben doch zugedreht, oder? Weiß ich nicht Hattest du zugedreht? Ne, aber haben wir doch Wo wir die Ich nicht Doch, doch, Safi Ja Dann hast du dir aber zugedreht Jetzt kommt Sprit Nein Ja, der ist so gottlos gekommen bist du irgendwie Nimm mal Druck Da noch mal. Da haben wir die Nutsch. Boah, Junge. Achso, Unterdruckventil. Hast du? Ah, ja, haben wir. Du so. Mit Adi-Deletten. Wieso haben wir nicht ich da reingelassen? Geht nicht. Alter, Digga. So viel Kompression hat nicht mal meine Krossmaschine. Jala. Guck mal, da auf die Auto kommt. Die hat schon qualmt. Oh, ich muss fest ein Schuhwerk anziehen. Das heißt, ich finde es schon. Hier ist ja gerade einmal kurz. Hast du gehört? Aber nicht Vollgas, ne? Dauert das immer so lange? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Die hat auf jeden Fall funken. Und die hat auch so funken, Jungs. Weil wir haben Dings falschrum angemacht. Ja, ey. Ich hab's gesehen. Hast du gesehen? Nee. So oben geschossen, denke ich. Der hat mir den Fußgott fast abgerissen. Ja. 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 Ich hab's gesehen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 schon ein zähler schon auf 0,1 gegangen aber wissen wir auf jeden fall dass er funktioniert das kurz gewinne also klar hat die funken da sind doch schon links rausgekommen ja die hat funken ja die hat auch land ja aber brauchst du endlich wenn die funken hat ich wollte es nicht warum die noch nicht angeht benzin hat die zündung hat die was brauchst du noch lass kurz päuschen machen die wird ja kein funken haben wenn du die zündung ja nicht alle ja ok das stimmt trotzdem aber kann auch nicht mehr brauch ich statt der masse ähm eigentlich auch aber brauchst du brauchst du jetzt nicht nutzen ich statt dem brauch ja eigentlich masse aber der hat ja trotzdem funken das heißt ist ja egal oder ja ja das haben wir auch schon gemacht hat jemand vollgas da hat der spürer ja 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 ich mein er zündet jetzt wird er hier nicht rauskommen jetzt kommt er mit dem kicken qualm aus Also ich sag dir ehrlich, ich glaub es liegt am Vergaser, der Choke funktioniert auch nicht. Ist egal, wenn er Sprit und Funken hat, dann ist das egal, ob der Choke hat. Der hat ja Sprit und Funken hat er, dann ist der Choke schon egal. Neue Kerze hat er auch von Safe. Ja, ja, die funktioniert auch. Und Elektronik richtig angeschlossen wegen Massefehler. Ja, aber da ist ja... Der hat ja Funken. Ja, ja, aber es kann ja auch ein schwacher Funken sein oder ein falscher Funken. Ja, kann auch sein. Stimmt. Es kann auch, also das Problem, das kann auch sein, dass der Falscher zum Zähnpunkt wird. Das kommt ja auch irgendwie darüber. Und wie stellt man das ein? Eigentlich ist es fest eingestellt bei der Normalentzündung, aber wenn er Masse nicht richtig, also wenn er Massefehler habt, dann verschiebt er sich. Das ist, Massefehler bekommt er, wenn er ein Bauteil wie zum Beispiel, zum Beispiel ein E-Stadt, dann nicht richtig anschließt oder falsch anschließt. Oder ein, ähm... Ein, ähm, Killswitch? Auch? Das kann auch gut sein, ja? Ja, Arschgefegt. Ja, mir haben wir nämlich fest eingestellt. Also ich denke mal, ich habe einen Massefehler. Guck mal nach der Elektronik. Ich denke nämlich, also Zylinder habt ihr richtig montiert. An der Kuppelwelle kann es eh nicht liegen. Selbst wenn die kaputt werden, dann sag ich trotzdem zu. Ja. Einen würde ja trotzdem... Ähm... Auspuff ist auch dicht. Habt ihr geguckt? Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, dann guck mal, ob er... Ihr habt den Killswitch angeschlossen? Ja! Genau, der hat mir falsch rum gezeigt. So ist der an und wenn ich ihn dran mache, ist er aus. Ah, okay, okay. Ähm... Hast du mal mit Moe über das geredet? Der kennst dich mit Elektronik von der Aerox ziemlich gut aus. Nee, noch nicht. Der ist heute arbeiten. Ich sag mal, Moe. Achso, okay, ja, ja. Aber Moe sollte das wissen, wenn... ...der Killswitch in Hölle falsch angeschlossen ist. Also bei Piaggio ist es zum Beispiel so, da passiert es auch, dass du Massefehler hast. Und dann hast du auch ein Problem. Aber ich glaube, ihr habt einen falschen Zündzeitpunkt nicht. Der sollte auf jeden Fall zünden. Selbst wenn er... Egal, was ihr falsch gemacht habt eigentlich, der sollte trotzdem zünden. Also bei protection bei es nicht nur auf dem Gere, schranft, SC incompetent. Also bei mir auf die teste, blueskarten doch Wahyuble, schwarz Røre gibten zum Beispiel vom Legitum jeden Tag. So ist es viel Purkinon. Ich habe mich meine, wir packen 24 Wochen hin Donauern. Ich würde confusing dich zu machen, Maar mir ja, Sie spielen können. Legislaturode nominees